Da drinnen. Polizei, keine Bewegung! Tote, überall Tote. Ein Massaker hier in Hessjöberg, in Mittelschweden. Einen winzigen Weiler von nur etwa 20 Bewohnern. Meine Eltern sind Sven und Orda am Drehen. Tut mir wirklich leid. Der Mörder hat nur Andréens umgebracht. Wer hat an diesem Tisch gesessen? Er hat im Mandarin gesprungen. Folgen Sie der Spur des Geldes? Wo führt sie hin? Zu Ihrem Bruder. Mit einem rücksichtslosen Kapitalismus verrätst du die Ehre unserer Familie. Jan Andréen hat den Bruder meines Vaters getötet. Durch diese schrecklichen Ereignisse kann unsere Familie nie wieder vereint sein. Der Täter hat sie mit einer Art Triebwaffe zerstückelt. Da ist ein Serienmörder unterwegs und wir beide, wir stehen ganz oben auf seiner Liste. Hör auf ihr Gesicht. Hör auf ihr Gesicht. Er hat Dong Liu geschickt, damit er auch sie tötet.